Ja dann. Gehe zu C. Wer s- wer redet da? Hello guys, yeah. Hello. Lade nach. Lade nach. Oh no. Ich hab den Spike. Geschützturm steht. What? Ne, es waren nur Steps. Kommst du her? Kommst du her? Gegner bei B gesichtet. Ich scanne voraus. Lade nach. Das sind Knausen der Echt. Ausfluss. Schnapp sie dir. Ouchi. Fetch ist offline. Fetch ist vorbei, vielleicht. Ein Gegner übrig. Die müsste auf B sein. Die hat ihre Spielzeuge leider nicht nur noch aktiv. Ja dann. Kann sie uns mal. Ich hab wenig HP. Ich auch. Zerlattis. Was ist das? Oh, genug. Oh oh. Beide platziert. Was? Sie spawnen? Ich weiß nicht wo sie ist. In welche Richtung guckt deine Turret? Vorne. Letzter lebender Verbündeter. Ah, Reflex wie so'n Stein, Mann. Die Slamp. Hat nur ein Hit. Geschützturm, zerstört. Scheiße. Nanoschwan, raus. Nice. Ich mag ihren Grimstone. Irgendwie dachte ich, dass wir die Runde jetzt verlieren, weil... Ich hab nur Joro um rechts gesehen. Und dann... Hab ich mich auf mich fokussiert und dann hab ich wieder geguckt und auf einmal ist... Du kriegst noch Dana, der ist anscheinend getötet oder so. Mich in seiner Schei... Ich war grad in der Form und wollte grad smoken. Ja, war ein bisschen tricky alles. Nicht so locker flock wie bei Omen. Geschützturm steht. Lol, der Chris hat einfach full bei. Jo. War was anderes. Gegner bei B gesichtet. Lade nach. Die ist on spot. Flassiere, rotate, Parce rouge. Bl holes durch Roller eu. Boah, er hat wirklich die Kanata bekommen. Platziere Name! Natürlich macht sie noch einen Key. Du machst sogar zwei. Ja... Aue, Oechych bleibt hinten. Ja, wir können ruhig DEF spielen. Wissen wir, ob die beide dort sind. Sind sie doch... Hat kaputt gemacht, hat kaputt gemacht. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Blogen wollte ich zuletzt. Ich dachte, sie zieht durch bei Hälfte. Sparsam. Ach, die haben nur 5. Jetzt haben wir keine Full-Buy gemacht, Chris. Ja, wieso? Wir können alle, also mehrere können nicht. Cool. Das wollte ich hören. Ich war jetzt nicht wirklich besser. Hä, wieso doch? Nein. Das macht die Situation noch schlimmer. Hä, wieso nicht? Ich habe nur Full-Buy gemacht, weil ich gesehen habe, dass andere auch so viel kaufen, dass sie es nächste Runde nicht können. So, also es war klar, dass wir jetzt eine ECO machen. Naja, hätten alle darauf geachtet, nicht. Ja, haben sie ja nichts. Decke Gebiet auf. Oh, ich habe den Spike. Oh, warte mal. Du machst das. Wir lenken ab. Platziere Tom. Ich gehe jetzt gegen den. Oh, vielleicht gehe ich auch D. Sage ist on end, du. Leichten Fledder habe ich gesehen. Close right. Passt auf. Sage ist A. Ich bin wieder gewacht. Ja, klar. Hab den Spike reingelassen. Den nehme ich wieder mit. Du rauf gehst. Warte. Behindere die Situation. Ja. Oh, okay. Tote 2. Spike in B. Spick in B. Letzter Leben der Verbündeter. Noch 3. Ohohoho. Der Räder ist im Leben geschollert. Ja, safe. Das bringt nichts. Ohohoho. Ah, Türmchen kaputt. Noch 10 Sekunden. 135. Voll daneben. I know that feeling. Oh, so viel damage. Wir sind hier, weil wir die Besten sind. Vergesst das bloß nicht. War das nach der Runde? Nein, gut. Direkt hier. Ja, Rainer. Direkt hier. Ich kann W-Long-Ult, wenn ich da hinkomme. Ich danke dir. Ich danke dir, sagt er. Gegner bei B gesichtet. In dem Moment. Ich bin ein kleines Teger. Achtung, da ist er gegner hole drauf drin. Ich habe keine Luft. wir können immer noch gehen ist du von b gleich okay wobei hier ist dieser scheiß bot noch 30 sekunden ich komme ich bin der jäger ja die granate war kacke ich weiß ja ich habe richtig reingeschissen ich weiß habe es gesehen das gefühl in dem spiel ja ich wollte dass die granate da so hinhüpft dass sie da nicht die füße in dem moment jetzt haben wir das problem einer kauf schnack sie hier einer marschiert Ich glaube, das war auch nicht. Ich glaube, das war bestimmt. Oh, hier. Ah, das ist nicht. Wer ist der Name? Ich sag sie rein! Ein Gegner übrig! Oh hallo! Wie geil ey! Wie schön er hat ihn doch! Ich will aber dafür mal zu A zu gehen, wenn die Killjoy immer da ist. Das funktioniert ja gegen die Killjoy aber... Zwei mal erst! Killjoy ist immer sehr defensiv. Ist ja logisch. Ist ja ihre Spielzeuge, ne? Zack, Zack! Platz! Komm! Auch ein Spot habe ich gesagt. Wann, wie lange will der denn noch? Platziere Alarmbox. Ist so. Jetzt hat er abgebrochen! Was ist denn mit dem? Da ist doch die Ulf! Kann nichts passieren! Wir müssen die Leichen beschützen, der Gegner. Die eine im Spawn kann wieder Gold werden. Ich geh in den Ellbogen. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Fuck. Ich glaube, die Raine hat sich nicht geheilt im Ellbogen. Mein Gegner übrig! Ich mach lieber. Ich glaube auch Ellbogen? Ne, auf dem Spot. Letzter lebender Verbündeter. Ich bin nicht der Seite. Ladung raus! Was? Ich imagine, da wäre jetzt so ein Gegner. Ich hab's verkackt. Was? Wer ist denn der Blimstone? Ist der mal ein Fenster? Ja. Ja. Aber der reißt nichts. Lass ihn. Ja, deswegen. Ich wollte nur wissen, wo er ist. Wie soll ich denn jetzt bulten hier? Ja. Scheuchen wir sie auf! So, mein Gott. Wie eine Viper-Bahn hätte ich gesagt, dass wir eine Ecke haben. Zum Offensiv. Oder ist der Fritz halbiert? Ich hab viele Möglichkeiten. Oder halbieren, oder was weiß ich. Wenn du halbierst, geht der doch auch durch A. Dann wissen sie nicht, wo wir kommen. Jetzt wissen sie glaube ich, wo. In zweite Welt. Oder so. Erstmal so. Hat den Sinn freigelassen. Go, go, go. Die sind nur 20 Sekunden da. Ich scanne verraten. Da ist sie. Close link. Okay. Haben sie ja. Nein, wir haben keinen Heiler. Geschützturm steht. Mega diffusiv. Ein Gegner übrig. Dann. Sind sie da, sie lasst. Makellos. Oh, können wir sich vielleicht mal anstrengen. Ich scanne voraus. Farbe? Check. Sprengstoff? Check. Langeweile? Mit mir eher nicht. Nein. Ich weiß nicht. Irgendwann müssen sie noch merken, dass wir nur B gehen. Aber sie reagieren noch nicht drauf. Doch, sie haben den Brimstone A geschickt, oder nicht? Ja, stimmt. Der kommt in später Ruhe. Den Loop auf A. Wer war denn diesmal Fenster? Lassen wir die Tanten. Oder nicht. Einer B ist die Lösung. Die Walu kann auch langsamer spielen, als sie irritieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Operator lang. Heilerin am Boden. Oh shit. Nein. Ich wusste nicht, wo er war. Genau falsch und gedreht. Der Scheiß. Lade nach. Gehen Operator. Deckel Gebiet auf. Lass sie kommen. Gehe zu A. Letzter neben der Verkündeter. Ah! Ich geh nicht mehr zu A. Das ist der erste Kill! Wir sind stark, weil wir zusammenhalten. Vergesst das nicht. Hm. Wenn der Operator im Gegner-Team ist das echt scheiße. Wenn der Brimstone ins Eis ist. Joa, komm. Aber dann muss das so schnell gehen, dass sie die nicht verschieben. Say hi, I am an Eagle. Zeit für Explosionen. Hi Eagle. So ein abgesmocktes Wartezimmer. Ich mach mal ne Turret. Platziere Turm. Geh raus. Alles ging also raus. Ladung raus. Ladung raus. Oh, scheiße, Alter. Schnapp sie wir. Ein Gegner übrig. Letzter Heaven. Nein, Spray Control. Hol die Operator. Go, 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 Chris. Hol Stöckchen. Hol sie. Oh, shit, die war ja drin. Was? Oh, das war drinnen. Äh. Die Operator war auch in der Head. Was, was er geleuchtet hat. Ich glaub von dir. Oder so. Mhm. Ich hab die Faust nicht gesehen. Und zum Glück hat niemand gesehen, wie schlecht ich da grad war. Ich bin auch. Doch, ich hab gesehen, dass sie nicht gestorben ist. Der Hanse muss das extra machen. A oder B? Okay. Oh, einmal B lang pieken. Hey, nice. Bei mir hab ich schon gedrückt. Oh, geil. Weig, so clean. Die sind auf A. Geschäftschaun steht. Behindere die Sicht. Roll Plank wieder. One on TP. Oh, hinter mir! Hinter mir! Hinter mir! Oh, einer helfen! Da sind die da beide. Beide? Genau. Okay, schaffen sie nicht mehr. Oh, shit! Oh, was? Ich dachte, die Töne ist dumm. Ich wollte doch fragen, worauf ich es geht. Ich dachte, der hat die noch von... Der erpasst es doch, wenn die noch aufgebaut wird. Ich dachte, da hat er die noch. Stimmt. Direkt hier! Direkt hier! Er war eh nicht mein Offradar. Hat sie es doch mitgenommen. Das war Chris seine. Das war Rayna ihre. Das war Rayna ihre. Aber hat sie es mitgenommen? Das ist die andere Offradar. Nee, das war glaube ich nicht mehr genug Zeit, oder? Weiß ich nicht. Ich steck auf jeden Fall den Bot jetzt um die Ecke. Okay. Kein Bock mehr. 1-2-3-1-5 1-2-3-1-5 1-2-3-1-5 1-2-3-1-5 1-2-3-1-5 1-3-1-5 Hängt jetzt an dir. Einer für mich. Und Nummer 3. Du musst blicken. Ah! Beide 50. Wer ist selfish? Ah, der Chris. Letzte Runde in dieser Hälfte. Gebt euer ganzes Geld aus oder gibt es mir? Keine Ahnung, ich war auf A. Ich hab nichts mitgekriegt auf D. We need to go A, I think. Ich könnte nur einem Kau... Achso, ihr habt alle Geld. Da! Ey Chris! Yo. Kaufst du mir ne Operator? Ich kauf dir deine Phantom. Danke. Krieg ich ein bisschen Danke. Okay. Nur kurz gucken. Nur kurz gucken. Die Jagd beginnt! Oh! Ich dachte wir pushen doch. Die Rayna push. Oh, mir die rollt. Trip. Äh... Ich versuch mal was. Hier geht's. Schnapp sie dir! Fuck. Da ist grad jemand ein Teleporter oder? Das könnte Juru Dings gewesen. Ne, mein Roboter ist... Ach das nicht. Ist noch die Kugel denn? Heaven. Geschützturm steht! Ah, von hinten schon. Oh, das ist braun. Shotpfeil! Schluss! Letzter Leben der Verbündete! Gut, genau ab. Ich hatte ne schlechte Polen gemacht. 6-6 in Attacks. Ganz in Ordnung. Mhm. Ist alles nur möglich jetzt, ja. Seitenwechsel! Aber sind sie es auch? Ich hab so viele Fragen. Platziere Alarmbot! Platziere Turm! Lass sie richtig Window kommen. Ich kann das... Die Fallen zimpen. Ja. Also wenn du gucken willst, guckt long. Ich bleib defensiv. Also ich guck gar nichts von dem. Na, ich will noch einmal kurz gucken. Hoffentlich nicht sterben. Hm, hm, hm. Puh. Wahrscheinlich nichts zu sein. Na, wir waren halt ein bisschen was geschossen. Wir lassen sie kommen. Nope. Wir lassen sie los. Wir lassen sie los. Wir lassen sie los. Fuck. Zwei. Einer long. Genau. Tippie, tippie. Könnte aber auch Yoro sein, wenn sie vorsichtig sind. Ja. Plan für Badezimmer. Spike platziert. Tss. Oh, Jesus. Jetzt wollen wir auch mal... Lade nach. Verschleier! Ein Gegner ist ruhig. Ein Gegner ist ruhig. Käpt' von ausgeschaltet. Letzter Leben, das er gründet hat. Zurück an die Arbeit. Nice. Durchführer ist das klar. Oh, umgeben von meinen Freunden. Wir gewinnen! Hm, wenn du jetzt Palace gucken willst, kannst du... äh, Fenster gucken willst, kannst du machen. Ich würde mit ner... Schnipper long gucken. Okay. Los doch, auf geht's! Läuft doch. Platziere Tom. Ringey. Oh. Stirb! So! Ho! Hat der durch einen durchgeschossen? Ich glaub nicht. Die waren beide nacheinander geschissen. Wasser. Ah! Die waren schon für ihn zurück. Ich hatte nichts gutes. Geschirc zum Steht! Wee. I think. Da! Ich saug sie rein! Aua! Meiner long. Meiner, bitte. Hier! Los, Brimson. Jetzt fliegt er mal. Long. Wow! War der denn? Ein Gegner übrig. Wie lang ist der? Spike in B. Der ist schon on-spot. Noch 30 Sekunden. Was? Okay. Ich scanne voraus. Jetzt mal zu sprung. Oh! Das ist nur ein Scope. Ja, natürlich. Geil. Hast du was gesagt? Sorry, meine Ohren klingeln! Willst du wieder gucken? Dann kann ich die hier... Dann kann der Call-Zwein mit der Turret machen. Kannst du Call-Zwein mit der Turret machen? Kannst du Call-Zwein mit der Turret machen? Ach, meine ich. Äh, willst du wieder... Ne, ich will von hier so... Dann nicht. Ganz ruhig bleiben! So überlebt man! Ich will auch auf Headshot gehen. Ich komme mal zu euch. Das ist ein... Hm? Long einer. Long einer. Green und ne... Oh ne, ich schaute ihn. Zwei Long. Rainer und Killja sind Long. Probieren. Ich denke. Green und ne... Wie ist es, wenn sie pushen? Boom! Scheiße. Nice. Durch! Chor! Gegner bei B gesichtet! Gegner bei A gesichtet! Hm, alles gut! Ein Gegner übrig! Das war schön. Spike in B! Der letzte war auf A, oder? Mhm. Ah, wir haben nur zwei. Kannst du ja noch mehr? Ja. Watch out long. Long, I think. Noch 30 Sekunden! Fuck. Er ist selber verwirrt! Er wusste auch nicht, was passiert! Wegen Pfeil, oder wie? Ja, der hat mich auch voll verwirrt, weil der von A kam, der Pfeil. Ja. Enttäuschend. Und der Brimstone guckt auch dem Pfeil hinterher. Das ist unser Rum. Das ist unser Rum, hat er, hat's dir gesagt. Da sind sie! Komm runter! Oh fuck! Hm. Oh, der Feene ist es müde hier. Der hat gebotet. Jemand ist voller auf. Geschäzztung? Der hat gebotet. Ja, aber die fährt immer rum. Lauf deiner Knallkopf! Ein Gegner übrig! Das ist schock. Okay. Anscheinend ist der Spike grad fallen. Und Zeit? Ich hab der F40 abgezogen. Klingt wie Onspot. Klingt wie Onspot. Ziel erledigt! Alle machen sich über die deutsche Gründlichkeit lustig. Haha! Lacht nur, während ihr mein ganzes Zeug benutzt! Gehs! Alles gut! Hält hast du! Gut! Wir brauchen ziehen, lieben Dank! Geschützturm steht! Auf geht's! Schaut! Der hat gesessen! Schön! Reiner getötet! Oh! Sorry, Alter! Sehr gut! Alle tode! Du hast Fenster im Blick, ne? Jep! Gut! Weil ich hab hier 30 AP, ich glaub ich komm hier nicht mehr weg! Platziere Ton! Oh! Flash glaub ich Fenster! Oder auch nicht! Doch! Ein Gegner übrig! Bei mir! Direkt hier! Hahahaha! Morin! Ich hab doch extra um die Ecke geworfen, Kevin! Keine Sorgen! Du hast mir Schaden gemacht! Fake News! Bereit für ne kleine Lichtshow? So, ich glaub aber ich kann jetzt hier nicht noch mal stehen, zwar leider... Gehst noch mal hier ein Ding für ranziehen! Okay, Moment! Jup! Yes! Oh ja! So! Bin dabei! Hier sind auch welche! Der Jatt beginnt! Smokeskill! O, Schmink! O, Schlong! Schnapp sie dir! Woher komm ihn? Der Jatt beginnt! Der Jatt beginnt! Der Jatt beginnt! Oh! Oh, ich schlau! Oh, ich schraub schon! Ist nicht drin, oder? Ja, aber irgendwo! Ja, bei der Binter! Go, go, go! Ist alleine! Nicht Messer! Ein Gegner übrig! Scheööööööööööööööööööööööööooöööööööööööoöööööööööööööösd Ich glaube der Jorot hat gesagt, ich mach das. Und dann ist er gestorben, weil er ist eigentlich von seiner Ulti gekommen. So. Matchpunkt. Lasst uns diese Versammlung auflösen. Ja, Defense läuft. Oh ja. Ich bin glaube ich noch nicht gestorben in der Runde, in der Hälfte. Wow. Ich glaube der Brinstorm hat auch unseren Arsch gerettet. Magis? Weil dadurch bin ich hier geblieben. Geschützturm steht. Ich wollte eigentlich erst zu dir springen mit der Ulti, aber er hat mir den Rückweg halt verdorben. Versperrt. So. Versperrt. Versperrt. Alarm bot steht. Hast du hier auch einen Bewegungsmelder bei mir? Ne, ne? Nein. Also nur Turret. Ich will Ulti-B-B maybe. Nein. Oh, komm schon Lars! Okay. Ingenieurin ausgefallen. One more. Ein Gegner übrig. Messer. Spike in A. Nein, Messer. Ich bin super super. Messer. Weißt du wo? Bist du? Lauf, deiner Knallkopf. Bist du? Ladung raus. Hörlb. Okay, geschafft. Buh. Verteidiger gewinnen. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ladung raus ist immer. Aua. Uff, die Beste von denen hat ein Negativ-KD.